Herzlich Willkommen zurück. In der letzten Mission haben wir ja so ein paar Raketenbomber hauptsächlich vernichten müssen da und haben die TCS Hermes wieder mal verteidigt und mal gucken wie das jetzt weitergeht hier. Die Zeit ist von der Essens hier und ich werde das schnell machen. Du hast uns temporärlich gegründet gegeben, weil wir eine Replacement Pilot brauchen für einen in der Sickbay. Major Bars recommended you in light of your performance against a Pirate Frigate von der letzten Assignment. Please, take a seat, und wir beginnen die Briefing. This morning, die anderen Squadrons waren able to beat back the Kilrathi attack on the Hermes. This strike bought enough time for half a dozen cruisers and destroyers to block the Vega jump point, which we are fast approaching. Intel believes this blockade is made up of the remainder of the Gap Thrak battlegroup we fought in Chengdu. Meanwhile, the newly arrived to past battlegroup is trailing us and is starting to regroup. We have no choice but to run the blockade into Vega. Colonel Walker is deploying the William Tells to try and soften up the escorts as much as possible before the Hermes battlegroup arrives. If the outright destruction of a Capship seems unlikely, go for a firepower kill. Target the Capship's turrets if needed. Even better, try to take out the weapon's control system. Their accuracy will drop drastically. Because our longbows are the only jump-capable fighting spacecraft on the Hermes. We will have no fighter escort. We will stay in the system until the Hermes and her battlegroup jumps out. Only then we will retreat out of Brimstone. If we encounter hostile fighters, they're on our own. Major Ramius will be commanding Alpha Wing with Sandmand and Snipes on his wing. I will command Bravo with Summoner and Pepsi. Good luck and good hunting. Okay. I can't find my ship yet. I can't find my ship yet. I mean, that was that soon, but good. Let's see. What's the status of the two-busters crew? We've temporarily lost sensor contact with the ECM. But they were in hot air. I'm not going to have a lot of wiggle room on our timing. Thank you, Miss Swinney. All bombers, bomb on me and set autopilot for jump point. Proceed to the next helicopter point. How could I change the rockets again? That was... Ah, here. With the Tast Javelin HS. That's the ones I would like to have to first go away. Because they... Because they... ... only so... ...on the Arsch-Zielend work. So, that's just like that. Bomba flying is always so... Not so meins. It was good. I would say it's on there. This part can also not glide. That's okay. We're waiting on your order to commence. Miss Swinney, committing this report, if you please. Captain, all batteries trained and charged for battle. Escorts report all batteries and missiles locked and loaded. We're waiting on your order to commence. The intel squadron. Good luck at godspeed. See you on the other side of the jump point. Same goes for you, skipper. Agree well then. All ships, length speed. Countdown beginning. Eight minutes to jump sequence. Four? 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 änder? Two. One? Four? Die Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Na komm schon. Na komm schon. Hat so keinen Zweck hier. Ich muss mich um die normalen Leute mit dem Flieger kümmern. Oh, dieses Raumschiff hier macht mich kürzer hier. Oh mein Schiff. Jetzt muss ich ihm eine Rakete in den Arsch drücken. Bomben. Oh mein Schiff. 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 Oh my Schiff. Oh nein. Der ist gerade in die Luft gejagt worden. Ja los komm schon, lass mich die Torquedo da reinjagen. Na komm schon, komm schon, komm schon. Futsch, na zahne. Futsch, na zahne. Die Brützel hier anscheinend an. Das haut so nicht hin hier. Was soll irgendwie dazu kommen, da ein Torpedo reinzulagen, dass das Ding drauf geht? Na mach schon. Auf damit. Auf Feuer. 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 ja, hab ich's geschafft anscheinend Kollisionen, shit oh god, ey ich hab dein lefty auf dem sack hier kannst du aber nie ausweichen oder was wei oh wei oh wei oh wei oh du bist alle Ich habe bogeys all over mir. Ich habe ein paar neue Sensor-Kontakt. Es sieht aus, dass wir mehrere Kilografie-Fighter sind, auf unsere Position. Sofort Sprung einleiten. Ja, und wie mache ich das? Muss ich nur in die Richtung fliegen, oder was? Vielleicht? Ja, geht so aus. Gut, gut. Hat das alles geklappt hier. So wie es aussieht. Gegen die durfte ich nicht mehr antreten. Ich glaube, es ist besser. VEGA-System. Das ist Colonel Klyer. Tut ihr leid, ist er gestorben jetzt, oder? Was ist da los? Die ganze Staffel-Kameraden. Ja gut, da sind mit sich einige draufgegangen, so wie es aufgegangen ist da. Wie wäre der letzte Überlebende, oder was? Ja. Ich bin sicher, dass Colonel Klyer dich so stolz wäre, wie ich heute bin. Im Moment, wir sind auswählen und haben einige Kapital-Systeme auch gemacht. Wir haben einen Destroyer verloren, zusammen mit Colonel Klyer und Lieutenant Pletscher und Baronet. Aber, nachdem wir, was vorhanden war, könnte es besser gewesen sein. Ja. Wie das alles so ist, ja. Typisch Krieg. Eigentlich hat man gar nichts gewonnen, aber naja. Ist halt wie in den anderen wegen Commander-Teilen, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Teil. Ja. 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 Ja.